Hi Leute! Ey ja, wir machen jetzt ein Championat und ja, ich komm nach New Hillcrest seit heute. Und ja. Ich will nicht. Seit heute. Und ja, ich freu mich voll. Wir machen das New Hillcrest Championat. Also ich fand's bis jetzt, was ich gesehen hab, sehr schwer. Und ja. Mein Bluff. Oh, Mann. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Egal. Ja. Viermal. Zweimal. Zweimal. Sekunde. Ja. Und ich find's eigentlich voll cool. Aber was ich bisher gesehen hab, oh Gott. Ich werd bestimmt erwischt. Oder auch nicht. Also ich hab das noch nie gemacht. Das ist mein erstes Mal. Oh Mist. Hab ich mir schon gedacht. Mann. Leute, ich bin so schlecht. ne. Das wunderte ich bestimmt. Hey, warum ist noch kein Pferdekäste. Da ich noch kein Pferd gekauft hab. Ich weiß noch nicht, ob ich es aushalte. Aber eigentlich wollte ich's jetzt so machen, dass ich erst einen Isländer hole, wenn wenn die neuen Heimis draußen sind. Also die neuen Heimatsteller. Oh mein Gosh. Nein. Das war knapp. Ähm. Da ich jetzt im Moment nicht noch einen Pferd auf die Pferdeinsel schicken möchte oder auch schicken kann, weil noch keins richtig ausgelevelt ist. Wenn das nächste ausgelevelt ist. Was ich bezweifle, also wir sind jetzt Zehnte. Was ich bezweifle, ähm Oh ey. Sorry, das ist nur ein halbes Bild. Das war sehr kurzfristig. Ähm Was ich bezweifle, dass jetzt noch bevor die Heimatsteller draußen sind, ich ein Pferd aufgelabelt bekomme. Weil ich nicht so oft irgendwann, okay im Moment, schon öfters. Ich kann ja auch gucken, welches von meinen Pferden ich weggeben würde. Und ähm die dann auch also die die höchsten Level haben, damit das nicht so lange dauert. Aber ihr werdet bald bald ein Pferdecau sehen. Und ich weiß auch noch nicht wegen den Mustangs und so. Ich krieg nämlich erst in den Weihnachtsferien neue Starcons. Deswegen weiß ich nicht genau. Ich glaub, ich warte noch bis nächste Woche. Dann lämle ich noch ein paar Pferde aus. Ja. Emily Riverball ist 14. Platz. Natja Greenwald ist 13. Platz. Melanie East Street ist 12. Platz. Connie Lighten Droja ist 11. Platz. Ich bin 10. Platz. Molly Mystery Luck ist 9. Platz. Marie Pony Park ist 8. Platz. Lila Wayne Hunter ist 7. Platz. Antonia Dragon Leck ist 6. Platz. Mia Windstorm ist 5. Platz. Lusa Fast Street ist 4. Platz. Und dann die platzierten Hannah Shadow Will Antonia Master Keep und ganz herzlich Katharina Swift Land. Herzlich willkommen wundere ich allen und ja so ähm ja ich mag das Championat ich werde es auch nochmal machen und ja dann bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss. Tschüss.